Und damit hallo und willkommen zurück hier zu Borderlands Game of the Year Edition mit wieder mal auf, in der Hansed Version, weil ist ja Remastered quasi und wir sind jetzt hier angelangt bei diesem Chuck Durden, wo wir hier vorne die Arena betreten werden und da habe ich eigentlich schon Bock drauf und naja, gar nicht lang rumschnacken, rein da. Schmarr ist kaputt. Alles nachladen erst mal. Oh, danke für die Waffe. Immer einmal den Waffen. Hmm. Okay, der Bandit hört ein bisschen mehr aus. Geht jetzt drauf? Okay, gegen die Räuber sind, ich die Schuhe finde, nicht so ganz effektiv. Schade. Lassen wir mal die Waffe dann. Oh, der hat auch was fallen lassen. So, habe ich ganz übersehen. So, gleich weitermachen. Aber erst mal. Wenn eine Behandlung aus, immer rein spazieren. Heilung. So, solange das noch läuft, darf ich nicht. Ehh korrosion ist hier nicht so schön dann macht das doch schon mehr Aua dann schock ich euch alle mal ein bisschen oh wie hier die Dings Wot ist bitte an ui wow fuck der hält aus die macht einfach viel mehr schaden alles nachladen mit der pistole bin ich nicht überzeugt die schrottflinte ist okay nicht gegen jeden gegner aber die revolver hier da bin ich noch nicht so ganz überzeugt davon nehmen wir hier noch mal das da wird den rest verkaufen die macht einfach viel mehr schaden dass ich die einfach weg ich will die die schrottflinte ist einfach besser weil ich 13 schutz habe da kann ich haben kann 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 brauchen wenn zum nachladen aber gut er kommt immer raus auch von hinten ich glaube dafür bin ich noch mal level zu niedrig level 31 dafür mache ich zu wenig schaden ja da muss ich später wieder kommen ok dann muss ich mir das Das ist nur eine Ketscheweitssteilstation, gell? Ja, keine Schnellreisestation. Aber hier ist es, eine Schnellreisestation. Naja, man hat ja mal wieder kommen müssen, dass wir mal an eine Mission geraten, wo wir noch nicht das nötige Level haben. Kann nicht angehen, dass wir ihn dann einfach nur durchrushen. Tja, offenbar passt du dich gut an. Die Entdeckung der Kammer könnte dieser Siedlung wieder auf die Beine helfen. So, haben wir das erledigt? Na, kein Schutt. Er braucht Futter. Frage, wo ist Common West? Hm. Stop the East. Rusty Crust Commons East? Dann muss da irgendwo ein Weg sein. Weiß es nicht hin. Ah, hinter dem Stau dann. Gehen so weit meine Schüsse? Sextorrent. What the fuck? Denk-Raketen? Wieso speist die? 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 Ja. Kaputt. Dann der nächste hier. Oh, der ist schon kaputt. Hm. Dann wenn die schon kaputt ist? Wieso speist die? Wieso speist die? Wieso speist die? Ich hab hier nochmal für dich. Was? Wer? Es gibt keinen drinnen, seltener. Würde ich schon sagen. Nimm mal her mit der Muni. Oh. Oh. Ah. Also das ist manchmal ein bisschen buggy, diese Kuntne. Oh. Krump's Canyon. Krump's Canyon. So. Da gibt's einen Claptrap. Da müssen wir einiges machen. Äh, braucht Futter. Da müssen wir auch da hin. Und für das nächste Fragment müssen wir hier hin. Okay. Erstmal Unrecht. Weil dann müssen wir hier rum. Und nicht da hin. Ja. 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 Entschuldige. Ja. Ja. Ja, ja. Dann komm ich da rüber. Das wollte ich aber noch nicht. Okay, da klippt man durch, auch interessant. Hmm. Äh, okay, ah, andere Seite. Okay, muss ich doch so rumlaufen? Na gut, kuschel dir mal ein bisschen. Okay, das ist so rumlaufen. 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 Dankeschön. So. Papa. Papa ist wütend. Ich hab da nämlich den Sprung gesehen gehabt. Ich denke. Ich denke. So. Wie die Lemminge. Wie die Lemminge. Waffe hat die Waffe gereicht? Okay. Die kann ich doch nicht abschießen. Ich müsste wirklich von der anderen Seite da rüber springen. Ja. Ich mach ja nix. Ich muss ja anscheinend eh da hin. Das ist so rumlaufen. Das ist so rumlaufen. Das dutscht mich weg. Oder wie gesagt, die Matratze, die da liegt. Sehr komisch. Das ist so rumlaufen. Halt. Ja. Ich hab's doch nicht ausgestellt. Scheiße. Oh. Ja. Oh. Oh. So Haben wir den Claptrap die Reparaturkits besorgt? Gebe ich die dem mal? Ja Dachte schon Ja fahr Dankeschön Oh ne lila ne Ja mal gucken Mal ausprobieren Ich ne irgendwas unsichtbares wär Was? Mal ausprobieren 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 Ah Na gut, kann ich mal hier und pausieren. Mehr Kritschaden. Bist du dir sicher? Cool, haben wir das auch erledigt? Die Dosen muss ich noch finden. Er braucht Futter. So, noch eine Dose müssen wir noch finden. Eine Dose. Okay, hier haben wir keine mehr. Okay. Hmm Ja, jetzt vielleicht extra Bums Da oben scheint es noch eine Dose zu geben Die dürfen wir dem guten Irr natürlich nicht vorenthalten Ah, dieses Buggy Zeug manchmal Stimmt, hier habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt So, und das haben wir jetzt noch Das nächste Fragment Das holen wir uns auch noch Und ich denke, dann müssten wir fast schon weit genug sein Um dann kreist es mit des Gemetzels nochmal zu probieren Dann muss ich das ganze Stückchen nochmal runterlatschen Uiuiui Aber diesen nächsten Kammerschlüssel Besorgen wir uns erst in der nächsten Folge Und ich sage danke fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, wisst ihr ja Like und Subscribe und die Welt verteilen Und wenn ihr es noch nicht verlängst genommen habt Die Notation bleibt Wir haben das YouTube, was ihr mehr von uns sehen wollt Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen Wann, wie, wo, was bei uns abgeht Habt ihr noch den Twitter-Account vom Dennis Dem ihr einen Follower eindrücken solltet Und auf alle Fizienzeigen einstellen solltet Weil über Twitter hören wir raus Wann wir live sind, wo wir live sind Und wenn bei uns irgendwie wo was abgeht In dieser Hinsicht bis zur nächsten Folge Tschööö